Die nächste Kategorie. Die Preise der Jury sind immer daran zu erkennen, dass sie kreative Namen haben. Riesiger Impact, Doppelpunkt, große OER-Projekte heißt dieser Preis. Die beiden Laudatoren, die ich jetzt auf die Bühne bitten möchte, sind Dieter Müller von der Technologiestiftung in Berlin und Anja Lorenz aus dem Norden von UnCampus. So, es gab keine Nominierten. Genau, deswegen haben wir auch nur einen Umschlag diesmal. Sind natürlich auch total gespannt. Es gibt einen Preisträger in der Kategorie Risiger Impact, große OER-Projekte und der Preisträger ist Serlo. Herzlichen Glückwunsch euch allen. Gutes Beispiel dafür, dass eben diese Projekte alle Teamwork sind. Ich kann nicht weiter, ich kann nicht weiter. Genau, damit ihr auch wisst, warum. Mathematik ist das am häufigsten nachgefragte Nachhilfefach bei Schülerinnen und Schülern und sie müssen sich häufig außerhalb der Schule damit auseinandersetzen. Und Serlo hat da seit ihrer Gründung 2010 als eine wichtige Quelle sich erwiesen. Über 830 Artikel, 120 Kurse und Videos und 4.600 Aufgaben, wenn das noch aktuell ist, stehen auf Serlo bereit und wurden bisher von der Serlo Community veröffentlicht. Aktuell wurden von über 200.000 Besucherinnen und Besuchern abgerufen. Die freien Materialien stehen derzeit für Mathematikunterricht Sekundarstufe 1 und 2 sowie für die Übergangsphase zum Studium bereit und weitere Fächer sind bereits in Planung. Aber nicht nur die große Menge der Materialien zeichnet Serlo auch der konkrete Beitrag zur Professionalisierung von OER, der von der Serlo Community geleistet wird. Umfangreiche Richtlinien mit didaktischen, formellen, strukturellen und Layout-Standards stehen zur Qualitätssicherung bereit. Und die werden eben von den erfahreneren Mitgliedern der Community erstellt. Von Anfang an gehören Serlo, ihr alle, zu den aktiven Unterstützern der OER-Bewegung in Deutschland. Alle Materialien stehen unter CC by SA Lizenz. Dennoch sind Serlo offen für Kooperationen mit klassischen Verlagen und sehen darin keinen Widerspruch zu ihrer Arbeit für und mit OER. Das heißt also nicht ideologisch vorbelastet, sage ich jetzt mal. Also herzlichen Glückwunsch dafür und vielen Dank für eure Arbeit. Herzlichen Glückwunsch.